Hallo zu diesem Video. Heute sehen wir uns gemeinsam an, wie du Datensätze in einer Datenbank suchen kannst. Und zwar sprechen wir vom SQL-Befehl Like. Dieser wird verwendet, um nach ähnlichen Werten in einer Datenbanktabelle zu suchen. Mit diesem Befehl kann man nach Zeichenfolgen suchen, die einem bestimmten Muster entsprechen. Ein häufiges Beispiel wäre die Suche nach allen Kunden, deren Namen mit einem bestimmten Buchstaben beginnen. Dazu habe ich ein Beispiel vorbereitet, das sehen wir uns nun gemeinsam an. Und zwar habe ich hier die Tabelle Customers, welches den Kunden entspricht und habe darin 5 Datensätze. Wir konzentrieren uns auf die beiden Spalten Vornamen und Nachnamen und wie eingangs erwähnt, möchte ich nun alle Kunden mir anzeigen lassen, die im Vornamen J beginnen. Dazu erweitere ich diese SQL-Abfrage mit Word, im Anschluss die Spalte, in der ich die Suche anwenden möchte, First Name, dann das Like und jetzt kann ich den Buchstaben J und ein Prozent zeichnen. Das Prozentzeichen dient hierbei als Wildcard und ersetzt eine beliebige Anzahl von Zeichen. Das Ergebnis wäre also alle Namen der Kunden, die mit J beginnen, unabhängig davon, was danach kommt. Sehen wir uns das nun an und erhalten nun zwei Datensätze in dieser Kundentabelle, die als Vornamen mit J beginnen. Das kann sehr hilfreich sein, wenn man bestimmte Daten aus einer großen Tabelle suchen möchte, ohne die genauen Werte zu kennen. Es kann auch verwendet werden, um Daten zu finden, die ähnlich, aber nicht genau gleich sind. Ein weiterer nützlicher Tipp bei der Verwendung von Wildcards in der Like-Klausel ist die Verwendung des Unterstrichzeichens Underline. Dieser steht für ein einzelnes, beliebiges Zeichen. Sehen wir uns dazu auch ein Beispiel an und zwar wechseln wir nun auf die Bestellungen und zwar Orders und wir sehen auch hier fünf Datensätze und konzentrieren uns auf die Spalte Item, den Artikel. Nun möchte ich alle Einträge, die mit dem Buchstaben M beginnen und anschließend fünf Zeichen beinhalten. Nach diesen fünf Zeichen kann sozusagen der Suchbegriff beliebig sein, aber diese fünf Zeichen müssen vorhanden sein. Wie könnte das aussehen und zwar indem ich diese Abfrage um ein Word erweitere, dann die Spalte, in der ich suche, Item, im Anschluss dann Like und ich beginne nun mit dem Eingangsbuchstaben M und gebe dann 1, 2, 3, 4, 5 Underlines und im Anschluss kann beliebige Zeichen darauf folgen. Ich schließe diese Suchmaske und führe diese aus und ich erhalte nun zwei Einträge, den Monitor und das Mousepad. Wenn ich nun eine, ein Underline reduziere, erhalte ich auch noch einen dritten Datensatz und zwar Maus. Wie ihr seht, könnt ihr mit dieser Vorgehensweise noch weiter Einschränkungen vornehmen. Es gibt darüber hinaus auch die Möglichkeit der negativen Suche, indem man Not for Like setzt. Bevor wir weitermachen, bitte diesen Kanal kostenlos jetzt abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Nun sehen wir uns das genau an einem Beispiel an. Und zwar bleiben wir bei der Bestellungstabelle und ich gebe nun die vorhergehende Abfrage bzw. Einschränkung heraus und möchte nun alle Datensätze, die nicht mit M beginnen. Dazu wähle ich nun were, item, nun das neue Schlüsselwort not, like und jetzt das M. Dann das Prozentzeichen und ich schließe die Suchmaske. Ich führe die Abfrage aus und wir erhalten nun alle Einträge, die nicht mit M beginnen. Nun ein paar abschließende Tipps bzw. Kommentare. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Verwendung von Wildcards in der Like-Bedingung in der Regel langsamer ist, als die Verwendung von Vergleichsoperatoren wie ein Istgleich. Daher sollte man immer versuchen, die genauen Werte zu kennen, wenn möglich und Wildcards nur dann verwenden, wenn es unbedingt erforderlich ist. In unseren Beispielen haben wir sehr wenige Datensätze ausgewertet, in der Praxis ist das aber sehr selten. Deshalb kann das ein entscheidender Faktor sein bei der Performance bzw. Leistungsabfrage. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, den Like-Befehl zu verwenden und damit komplexere Abfragen zu erstellen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Like-Befehl langsamer ist als andere SQL-Abfragen, da ihr jeden Datensatz in der Tabelle durchsucht, um die Ergebnisse zu finden. Wie ihr seht, habt ihr nun die Möglichkeit mit dieser Suchmaske eine zusätzliche Möglichkeit Datensätze auszuwerten. Ich habe dazu noch im Anschluss eine Dokumentation als PDF-Datei unter diesem Video bereitgestellt, die ihr kostenlos jederzeit herunterladen könnt und bei Bedarf nachlesen könnt. Falls ihr Fragen dazu habt, wie der Befehl oder bzw. in der Praxis welche Schwierigkeiten es dabei gibt mit diesem Suchbefehl, dann schreibt mir einen Kommentar, ich werde versuchen euch zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!